Ja Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus Kracke Scheiße alter Aber also schnell wie möglich Die hier liegen gelassen Das ist super, dann haben wir zumindest noch nichts weiter raus Bevor sie sich erholen Bereit machen Leute Schwachen Du musst dich über den Hof schleichen Und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen Hierher, schnell Auf geht's Wer bist du? Das wäre super Das wäre super Bei den Feind Hilf mir ein wenig Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Atiom Wenn du dich nicht zu schnell bewegst Und aus dem Licht bleibst Bemerken sie dich kaum Auch wenn du deine Taschenlampe einschaltest Können sie dich bemerken Willkommen Ähm Scheiße Ach komm, da kommt wer, zwei sogar Ich geb dir von oben Deckung Ok, dann sollten wir uns hören Dann versuchen wir uns mal Step by Step die Jungs zu holen Das ist der Ziel, das war aber echt gefährlich, der Spiegerunomenskrank. Ja klar, das ist doch einfach so hereinspaziert, ja? Ein Hubschrauber hat sie gebracht. Wir sind Feinden! Geht los, gibt dir Weckung! Da, alles durchgerufen! Da! Achtung, die Kommandosverschale wird von Spallen angegriffen. Unbefugte sind auf der Stelle zu erschießen. Das ist noch weiter, bis auf die Aufungsstelle zu lassen. Scheiße! Ich hatte keine Munition mehr, deswegen konnte ich nicht mehr viel machen. Scheiße! Scheiße! Na gut! Wenn du deine Taschenlampe einschaltest, können sie nicht bemerken. Ach komm, da kommt mehr! Zwei sogar! Ich geb dir von oben Deckung! Leila! Ich hatte einen Schadenflug, die Stadt was der der Herndル, nicht zu verfolgen. Hey meinst du doch am Fahrt! Ich bekomm, das muss mir ja mal ein bisschen tun werden! Nein, aber nein! Ich bin mir das leider genau. Weil ich hatte die Hilfe. Ich habe das Spiel, okay! Ich suche nur Zimmernacken! Alter, alte Hexe und ein Kadabter-Team, das waren aber echt gefährliche Spiegerunomenskrank. Ja klar, was die sogar weint, dass du noch eins spazierst, ja? Ein Hubschrauber hast du gebraucht, der sich verlaut gehaucht ist. Ja klar, aber jetzt hält du an den Fall. Ja, jetzt hält du an den Fall. Wir haben den Fall noch bereit. Fähig dann. Fähig dann, Leute! Der Fall ist da unten! Was geht los? Ich geb dir Deckung. So, da waren wir dann mal hier dunkel. So, der ist tot. Meine Maske drauf, gib ihm. So, der ist tot. Komm ich hier nicht rauf. So, komm ich. Okay. Aha! So, jetzt. Das ist gut, dass sich uns gerade selbstverständlich die Gegner mitnimmt. Zumindest arbeitet die KI mit für uns. So, dann wollen wir es mal ruhig. Und dann gehen wir hier raus. Boah! Haben wir das zumindest mal erwischt. Ja, gleichfalls. Okay. Scheiße! Scheiße! Scheiße, den einen hab ich noch mitgenommen. Der dritte, der hinterher, der war ein bisschen zu viel. Scheiße! 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 Shit! Wir haben Yamaq. Wir müssen näher ran. Ich lenke sie ab, während du näher rangehst. Dann kannst du den Alten befreien. Atjom, du musst die Leiter vor uns hinunterknähen. Ich weiß, weil ich es. Gut, dann ist er weg. Wir haben dich vermerkt. Ich gebe Feuer zu. Ach man, immer noch einer. Das sind fünf oder so. Ich glaube, das sind fünf oder so. Dann kriege ich sie. Meistens kriege ich sie. Wenn du näher rangehst, dann kannst du den Alten befreien. Hinter dem Korb auch was zu hören, sag ich dir. Da draußen ist ganz sicher niemand. Das ist das Außenkorb. Das Problem ist einfach... Was, wenn es die Angläufer sind? Dann hatten die Telepaten gerade eine schöne Mahlzeit, dass wir nicht und keine Gedanken waren. Ja, wenn du das sagst. Trotzdem finde ich das verdächtig. Machst du dein Ding und ich bleibe hier. Nur für alle Fälle. Wie lange muss ich denn hier noch rumstellen? Scheiße, ich kann die nicht, weil ich... Ich kann die nicht beide wegstecken. Ich bin doch erst los. Da werden wir ja auch nicht. Na ja, es kann man ja zum die anderen machen. Danach haben wir das scheitende Geräte. Ja, das ist nicht so. Das ist doch ein Mist! So, der ist tot. So. So, der ist tot. 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 Der ist tot. So, 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 der ist tot. Jetzt die Masken auf. Die Dichtungen könnten geschädigt sein. Wir haben es geschafft. Ja. Oh oh. Verstanden Basis. Ende. Also gut. Erschießen Sie die beiden. Und was den Zugführer betrifft. Was soll das heißen? Erschießen Sie die beiden. Widersprechen Sie mir nicht, Soldat. Herr Oberst. Wir haben hier ein Problem. Papa. Leute. Wir sind's. Verhilft uns. Anna. Was zum Teil des Jungs. Leute. Was macht ihr hier? Das kommt jetzt zu mir. Herr Oberst. Das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle. Also gut. Alle herhören. Seid still. Ich fasse es nicht. Kein bisschen. Scheiße. Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Die Westgalle haben auf Aktion geschossen, Brie. Ach, egal. Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr angerichtet habt. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse kann das nicht tatenlos hinnehmen. Die Beobachter werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt hat? Dort in dem Graben. Das sind Menschen. Aus anderen Städten. Tod. Alle, Mann. Kinder. Das erkläre ich euch später. Alles. Opa. Wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay. Zumindest bis zu 100 Kilometer Markierung. Gibt's in der Nähe eine sichere Stelle zum Halten? Natürlich. Wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampfzug gerufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verraucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Das ist nicht meine Entscheidung. Und das wissen Sie. Also ich werde für Sie kämpfen. Keine Fragen. Natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zu uns. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Das ist gut. Das ist ganz gut gegangen. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht. Und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber Sie haben Moskau einfach nur mit diesen Störsendern umstellt. Und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von Ihnen. Schon eigentlich, ja. Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen. Und mich. Er hat alle belogen. Äh? Oh oh. Halten Sie die Lok sofort an und kommen Sie mit erhovenen Händen raus. Das war nur eine Warnung. Wenn Sie nicht Folge leisten, werden Sie erschossen. Schau, diese Kampfzug zu sein. Sollen Sie glauben, wir würden aufgeben? Ach, endlich etwas verknüpft! Jetzt bis zum Hals weiterdrehen! Granaten werden Ihren Lack kaum ankratzen, also? Wie wäre es mit einem Angriff von ihm? Es sei denn, wir schicken alles, was wir haben, in Ihrem Feuerkasten. Bitte, lassen Sie mich das übernehmen, Herr Oberst! Ich teile hier die Freiwilligen ein. Archer, um den es anzupfen! Jetzt war so klar. Warum hat Jan? Weil er schuld ist und es wieder hinbiegen muss. Archer, spring rüber, sobald wir reinfahren. Ich werde Sie derweil verblicken. Und ob wir das wirklich schaffen, diesen gegnerischen Kampfzug aufzuhalten oder nicht, das sehen wir in der nächsten Folge bei Metro Exodus.